Bei flachen Bällen auf den Mann kommen wir dem Ball mit den Händen entgegen und nehmen ihn in der Vorwärtsbewegung auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt der Ball hart geschossen in Körpernähe, entlaste ich das Bein auf der Seite, auf der ich runtergehe. Bei flachen Bällen in die Torecke gilt, immer mit der ballnahen Hand zum Ball und diesen dann möglichst schnell körpernah sichern. Den ersten Bodenkontakt bei Flachschüssen, nach denen ich hechte, hat die Oberschenkelaußenseite. Bei hohen oder halbhohen Bällen, die nicht zu erlaufen sind, versuche ich so explosiv wie möglich direkt zum Ball zu hechten. Andi und Kurt zeigen es uns vorbildlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Körperschwerpunkt über das Absprungbein und dann die geradlinige Beschleunigung zum Ball. So ist eine maximale Reichweite ohne Zeitverlust gewährleistet. Bei bestimmten überkopfhohen Bällen kann auch mal ein Übergreifen notwendig werden, weil dadurch die Reichweite etwas größer wird. Die Landung, bei der die Körperspannung gehalten werden muss, erfolgt nach dem Flug im Idealfall auf der Außenseite des Oberarmes. Im Folgenden zeigen wir eine Auswahl aus dem unglaublich großen Repertoire von Übungen, die die Fachlektüre anbietet. Wichtigstes Prinzip ist hier für uns, weniger ist oft mehr, was heißen soll, dass der Torwart nicht überbelastet wird, wie es bislang in der Praxis wohl häufig der Fall sein dürfte. Sinnvoll erscheinen uns Übungen mit Doppelaktionen wie hier. Den Partner überspringen und dann der explosive Hecht zum Ball. Natürlich kann man gelegentlich eine Übungsform schnellstmöglich aneinander rein, doch mit maximal sechs Wiederholungen ist es guten genug getan. Eine Übersäuerung der Muskulatur sollte unbedingt vermieden werden. Die Durchführung eines großen Teils der hier gezeigten Übungen erfordert auch vom Trainer höchste Aufmerksamkeit und Konzentration beim Schuss oder Wurf. Bälle, die nicht zu erreichen sind, frustrieren den übenden Torwart. Wir geben dem Trainer den Rat, zunächst eher, sagen wir mal, torwartfreundlich zu schießen bzw. zu werfen, um sich nach und nach an die Grenze der Reichweite des Torwartes heranzutasten. Trainieren wir nach der extensiven Intervallmethode ist unbedingt auf ausreichende Pausensetzung zu achten. Übrigens, eine gute Erholungsfähigkeit nach einer starken Belastung hole ich mir durch regelmäßige Ausdauerläufe. Meine gute Grundlagenausdauer hilft mir auch während des Spiels 90 Minuten voll konzentriert zu bleiben. hole man, Andrew und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind Individualisten, die speziellen Anforderungen gerecht werden müssen. Wehe, wir machen einen Fehler. Andererseits können wir eher einen Punkt gewinnen als jeder Feldspieler. Deswegen brauchen wir unbedingt individuelle...